Puri, eine heilige Stadt, eine Pilgerstadt in Bengalen, in der Vishnu und Krishna als Jagannath verehrt wird. Puri gehört zwar jetzt nicht zu den Sabta-Puras, also den sieben besonders heiligen Städten, aber Puri ist de facto eine der ganz besonders heiligen Städten, da wird Vishnu verehrt als Jagannath, als Herr der Welt. Es gibt dort auch ein Jagannath-Tempel und es gibt ein Fest, wo Jagannath besonders verehrt wird. Natha heißt Meister, Jagat heißt die Welt, Jagat, Natha, Jagannath, der Herr der Welt. Puri, Stadt in Nord-Ost-Indien, Bengalen, heilige Stadt zur Verehrung von Krishna bzw. Vishnu. English-Allem